Ich tue manchmal so, als wenn ich jemanden kenne, weil ich habe, das heißt Gesichtsblindheit, ich kann mir Gesichter nicht merken. Ich kann mir nur ganz enge Menschen merken und ich kann mit dir 10 Stunden sitzen und dich dann nie wieder erkennen. Warum weiß ich das nicht? Ich erkenne Menschen nicht, das weiß eigentlich jeder. Ja genau, das ist es, guck mal, jetzt kommt aber die Lüge. Ich tue aber bei allen so, als wenn ich die erkenne, ich so, ach so stimmt, ja da oder wo war das nochmal? Und dann weiß ich langsam, da kann ich mir merken und so, aber keine Gesichter. Bei mir ist es genau andersrum so. Ich kann mir auf Biegen und Brechen keine Namen merken, aber Gesichter vergesse ich nicht so schnell. Das geht bei mir nicht. Gesichter habe ich sofort eine Assoziation, okay, kennst du von dort, aber wie heißt die Person, das ist ein anderes Thema, da bin ich richtig schlecht drin. Krank, also ich habe schon tausendmal Menschen auf der Straße gesehen und die gucken mich die ganze Zeit an und ich denke, ey du weirdo, hör mal auf mich anzugucken und dann so, ey wir waren doch letzte Woche bei Meetings, oh scheiße, es tut mir so leid.